Vielleicht hat er sich ja selbst zerstört, so wie die Raumschiffe bei, ich glaub, das Restaurant am Ende des Universums heißt das, im zweiten Band, wo Marvin mit diesen Raumschiffen, äh, sich bei den Raumschiffen einklingt, mit denen redet und die sich dann selbst vernichten. Und das ist kein Spoiler, Leute, das ist einfach nur eine witzige Stelle, die nicht für die Story relevant ist, unbedingt, eigentlich gar nicht, wenn ich die Story noch richtig im Kopf hab, die ist gar nicht story relevant, sondern einfach nur eine witzige Stelle, also nix Spoiler-Alarm, nix Spoiler-Gefahr, isenich hier. So, sprechen wir über dich. Sprechen wir über dich. Äh, die Tür, vielleicht müssen wir in seinen Garten schucken irgendwie rein. Was liegt denn hinter dieser Tür? Mein kleiner Geräteraum, mein Gewächshaus, mein Tal der Tränen, willst du es sehen? Beim ersten Treffen nie. Verwirrend. Erstens ist das schon nicht mehr das. Es tut mir leid, das gibt keine Schlagzeilen. Naja, wir reden später weiter. Falls wir vorher nicht den Löffel abgeben. Oder vielleicht sollte ich die Sachen wegklicken, wenn ich durchreden möchte an den Schöner. Das ist erstens nicht mehr das erste Treffen und zweitens, wir müssen was finden, um an dem blöden Hund vorbeizukommen. Also jetzt, gib dir den Ruck und geh ins Gewächshaus rein. Oder, ja, Gewächshaus ist es ja nicht. Das ist so ein... Ne, 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 Gartenkammer halt. Trinken und Depressionen sollten getrennt bleiben. Ja, vielleicht hast du recht. Trinken und Depressionen... Ach ja, das ist ja im Grunde... Ne, eins... Einerlei. Okay, das will er auch nicht. Er braucht mich nirgendwo einzulassen. Jetzt will ich doch Hilfe. Mist. Ich spare die restliche Aufnahmezeit lieber für Big Orbat auf. Ich hab auch noch etwas Schönes rausgefunden. Und zwar, wenn wir so eine Stelle haben und da nicht hinlaufen wollen, können wir auch auf die Weise jumpen. Es muss nicht unbedingt so eine Fallstelle sein, die uns irgendwo in einen nächsten Bereich bringt. Und hier gibt's eigentlich überhaupt nichts. Mann. Müssen wir irgendwas im Haus machen? Oder irgendwie ein Gegenstand hier in der Hütte? Das nicht. Das nicht. Auch nicht. Njet. No. Nein. Ich füge in eine beliebige Sprache hinzu, weil mehr weiß ich grad nicht. Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass Tobi 3 heute Abend keine Erklärungen abgeben wird. Danke. Oh, wie kriegen wir den Hund hier weg? Ja, gib Ruhe. Mist. Wollen wir mit diesem Gorilla nochmal reden? Na, Kleiner? Ähm. Füll die Pausen, ja? Und los. Dan Murray war so dumm, dass er in der Schule immer nur... Dan Murray war so dumm, dass er in der Schule immer nur... Negativ. ...eine nach der anderen. Aber er kriegte einen Job. Und eines Tages bekam er... Gesperrter Bereich. ...eine Partnerin. Und sie, die nicht nur sehr schlau war, sondern auch unglaublich tanzbegabt, sagte ihm... Ich verpasse dir eine. Oh, das, äh, hätte sogar fast passen können. Das war mir... Negativ. Ja, ja, komm. Negativ, negativ. Du bist so ein Negativdenker. Schlimm, schlimm. Hier waren sonst keine Holzputz. Na ja. Da findet die Party statt, aber sie ist fast vorbei. Nach meinem tollen Tanzauftritt vorhin mache ich mich lieber anders lächerlich. Ach, Mist. Der Robokellner da hinten wird nachher ganz schön betrunken sein. Können wir hier nicht? Wenn ich mich hinsetze und lese, höre ich vor morgen nicht mehr auf. Bücher, wunderbare Kindheitskameraden. Irgendwo müssen wir doch irgendwas kriegen, was wir benutzen können. Das Bild steht da ganz gut. Schönes Bild. Hoffentlich haben sie kein intensives Blau vorgesehen. Ich brauche kein Färbemittel mehr und auch keine Farbe. Mein Vater hat mich mal erwischt, als ich zu Hause das Treppengeländer runterrutschte. Meinem Hintern hat es nicht gut getan, das Erwischtwerden. Weder steige ich hinauf, noch bewege ich sie. Tja. Müssen wir irgendwas von hier mit irgendwelchen Objekten verwenden? Was gibt es noch? Bild? Egal. Wann das die einzigen? Ja, vier Sachen. Okay. Tja, dann... Viel Spaß. Das... Es wird ja toll, um irgendwie herauszufinden, was der Gegenstand ist, den wir brauchen. Beziehungsweise, was ist die Sache, die wir brauchen? Was muss man ja tun? Ich sehe darauf gut aus. Egal, was meine Schwestern sagen. Ohohoh. Mann. Es gehört Edgar. Ich stehle nicht. Normalerweise. Ja, das ist jetzt für einen guten Zweck. Könnte man das nicht freundlicher ausdrücken? Oh. Kann man vielleicht mit... Blau steht ihm hervorragend. Mit Edgar reden und vielleicht hat der irgendwie Hilfe für uns oder für unsere Situation. Hm. Leicht veraltet. Nein, da steht er doch gut. Komm, wir machen jetzt auch hier wieder, zack, einmal... Wenn Edgar Autogramme haben möchte, sollte er darum bitten. Machen einmal eine Düdüm-Runde. Boah, so macht das Spielen Spaß. Und mein armer Zuschauer hier... ...ist bestimmt auch ganz begeistert. Dazu verrät das Schild nichts. Mehr als drei habe ich wahrscheinlich nicht. Du hast sie doch schon gesehen. So ein Deppen wie mich will doch keiner sehen, der hier nicht vorankommt. So blind und blöde, was er machen soll. Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Den brauche ich nicht zu interviewen. Der kann schweigen. Ich spare die restliche Aufnahmezeit lieber für Big Orberg auf. Hm. Er ist es. Zweifellos. Das ist mein Edgar. Puh. Exklusiv-Interview mit dem neuen Vulcan Flash. Erste Eindrücke. Ich bin noch nicht richtig in der Figur drin. Aber ab morgen wirst du schon sehen. Die werden beim Casting Augen machen. Äh, lieber schreien, ne? Das ist wichtiger. Falls Dan Murray oder FitzRandall von der Party kommen, geh in den Flur und schrei. Dan Murray ist hier? Äh, den hab ich gar nicht gesehen. Krokodil! Kroko! Warte mal. Woher kennst du Dan? Woher kennst du Dan? Na hör mal, alle kennen Dan Murray. Was für ein Typ. Das ist ein Blödejan. Dan ist ein Blödejan. Wenn ich wie er aussehen würde, könnte ich auch wie er handeln. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen? Ich verstehe dich nicht. Was wagen? Hältst du dich für besser als ein Kühlschrank? Liz, manchmal bist du ver... wirrend. Ich möchte nicht über Dan reden. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin mein eigenes weißes Kaninchen. Ver...wirrend. Manchmal glaube ich, ich verstehe dich nicht. Ich mich auch nicht. Üb schon mal. Ich schaue zu. Mach ich. Oh ne, furchtbar. Ich muss noch mal kurz gerade den Ton ein bisschen runterdrehen. Ja, machen wir mal hier so hin. Weil ich hatte das Gefühl, so gerade so S- und TZ-Sachen, die waren so richtig so schrill zischend. Das hat mir hier teilweise in den Ohren wehgetan. Tja. Bin so ein bisschen verloren. Das ist mein Edgar. Ich würde denn zu... Krokodil! Kroko... Warte mal. Ich möchte... Üb. Mache ich. Aber jetzt, wenn ich das Buch klaue... Es gehört Edgar. Ich stehle nicht. Normalerweise. Hm. Auch nicht. Wollen wir irgendwie... Mist. Wir kriegen auch keine Infos, ne? Was... Hm. Habe ich mir wieder viel zugemutet. Dachte ich, ich kann hier ein, ne? Höö, wir machen mal mit. Wir sind ja keine Anfänger und so. Ja, soviel dazu. Ich würde gern draufspringen, aber die Roboter an der Treppe könnten es als negativ einstufen. Ein Sofa für vertriebene Ehemänner und Jungfern mit Eis und Depression. Ich habe das Gefühl, die Musik wird nicht wirklich leiser, aber sie wird dadurch leiser, wenn wir den Ton runterdrehen. Ich mag Blumen, ehrlich. 31. Oktober. Gewächshaus oder Import? Papier. Die Rosen sind unecht. Ich könnte die Rosen mitnehmen, aber ich bin wirklich satt. Och, Mädchen. Ernsthaft jetzt? Die hat schon Wasser. Wir brauchen bestimmt dieses Papier. Die hat schon Wasser. Von der Rose, wenn da schon so gesagt wird, dass die unecht ist. Meine Mutter züchtet edle Rosen. Sie ist gelangweilt. Pro, der ist gemütlicher als ein Sattel. Contra, Pferde wären anderer Meinung. Ich soll mich setzen? Nein. Können wir mit ihm reden? Hi, Jimmy. Du bist meine beste Freundin. Ich hab dich so doll lieb. Ja, genau. Was ist mit dem Spencer-Bild hier? Wie ich sagen würde, bei mir ist eine Schraube locker. Na und? Das Schlimmste, was mir widerfahren kann, ist, dass ich den Kopf verliere. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Puh. Ist hier vielleicht noch ein Hotspot, den wir einfach... Ne, ne? Boah, das kann doch nicht wahr sein. Die Verleihung des Horrorfilmpreises war unglaublich ergreifend. Wie krieg ich den Hund dazu? Ich hab, glaub ich, alle Gegenstände schon an dem Hund ausprobiert, ne? Sollte die Kurbel irgendwo hineinpassen, dann garantiert nicht dort. Sollte die Kurbel... Sollte die Kurbel... Sollte... 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 Ja, 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 hab ich schon verstanden. Beide sind leer. Okay. Ha, 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 ha. Tja. Sollte... Ich habe einen Rock an. Es ist besser, ich gehe durch den Flur. Dadurch kommt frische Luft hinein. Das kann doch wirklich nicht so schwer sein. Hm. Tja. Gut, was haben wir hier noch? Wir haben hier die Hotspots mit den Robotern und mit der Tür. Hoch. Na, Kleiner, und wenn ich dir das hier schenke? Negativ. Okay. Na, Kleiner, willst du... Negativ. Kann man irgendwie die beiden dazu bringen, dass die sich prügeln? Na, Kleiner. Negativ. Na, Kleiner, willst du... Negativ. Okay, Moment. Na, Kleiner, willst du... Negativ. Na, Kleiner, und wenn ich dir das hier schenke? Negativ. Daraus müsste man viel mehr machen. Hm. Das war es also auch nicht. Na, Kleiner. Negativ. Na, Kleiner, willst du... Negativ. Ja, 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 jetzt haben wir es schon. Auf einer Party einen Flachmann benutzen? Jean-Michel, gestatte deiner Tochter nicht so vulgär zu sein. Kürbisse trinken nicht. Glaube ich jedenfalls. Man merkt schon, ich werde wieder ein bisschen nachdenklicher hier. Kürbisse trinken. Aber... Na, Kleiner, wetten du hättest nichts gegen einen kräftigen Schluck Öl? Negativ. Es wird dir noch leid tun, wenn ich es selbst austrinke und... Negativ. Wenigstens ist er ehrlich. Mist, ich hatte gerade die Hoffnung. Negativ. 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 Hä? War das nicht gerade... Der Hund? Das Hundeknochen? Na, Kleiner? Negativ. Es wird dir noch leid tun. Negativ. Komisch. Na, Kleiner? Wenn ich dir einen Presseausweis zeige, um zur Treppe nach oben zu kommen, antwortest du mir bestimmt... Negativ. Den habe ich vorhin dem Roboter da hinten gezeigt und er hat mich durchgelassen. Aber jetzt habe ich andere Aufgaben. Aber was denn nur? Na, Kleiner? Wenn ich dir einen Presseausweis zeige, um zur Treppe nach oben zu kommen, antwortest du mir bestimmt... Negativ. Nein. Ich möchte den Rest des... Die versammelten Charakterköpfe habe ich schon interviewt. Ich spare die restliche Aufnahme... Das gibt keine kernige Schlagzeile. Also... Boah. Jetzt bin ich so ein bisschen langsam auch verwirrt. Wir haben doch jetzt wirklich alles gemacht. Also... Es ist zwar echt doof, weil ich das immer super ungerne mache. Aber ich fürchte fast, mir bleibt nichts anderes übrig. Weil wir haben jetzt locker ein bis zwei Aufnahmen einfach mal damit vertrödelt, dass ich hier den richtigen Weg suche. Irgendwie ja auch alles mit allem kombiniert und angeklickt und getan und versucht und gemacht habe und nichts will mehr. Sorry, aber da muss ich dann doch mal gleich schauen, was ich übersehen habe, was die richtige Sache ist. Ich meine, ob ich das jetzt in den Kommentaren von euch erfahren würde, weil ihr schon den Kopf gegen die Tischplatte donnert und denkt... Meine Güte, dieser Depp, der muss das doch schnallen. Sie verlor ihre Unschuld in Vulcan, Flash und die unberührbaren Dinge. Die Arme. Aber ich verstehe es nicht und deshalb werde ich jetzt an der Stelle mich verabschieden. Einmal kurz speichern. Speichern, speichern, speichern. Mit 0,1. Wie immer. Zack. Und, ähm... Ja. Werde ich mich mal verabschieden, werde mal schauen, wo das Problem lag. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich gleich wieder oder in der nächsten Aufnahme, je nachdem der Schnitt ist. Es tut mir leid. Ups. Jetzt habe ich mich hier gestoßen. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß oder habt zumindest nicht zu doller Kopfschmerzen. Schönen Tag noch. The King has left the building.